Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Liebes Zauber, 3. September 2017 Ein Herzesmann oder eine Herzesdame kann ich nicht herzaubern, aber ich kann Ihnen weiterhelfen. Es gibt ein Energiefeld für die Liebe und es befindet sich noch im Dirkreichzeichnen wieder. Wie wirkt es in den heutigen Tag? Die einzige Hindernis, was im Allgemeinen sein kann, die innere Unsicherheit und das sollten wir überwinden. Und was vermittelt diese Energiefeld? Abwarten, ein Tag mal Luft holen. Gefühl und Verstand soll im Allgemeinen im Gleichgewicht sein, aber diesmal ist es besser, wenn wir auf dem klaren Verstand hören. Und da brauchen wir auch die Klarheit und dabei hilft die Energie von Jungfrau, mal die Spreu von Weizen trennen, etwas kritisch betrachten, klar und deutlich etwas erkennen. Wir brauchen im Moment Erkenntnisse. Natürlich, dieser Energiefeld oder diese Beschreibung ist sehr allgemein. Aber jeder Mensch ist einzigartig, jeder Geburtshoroskop ist einzigartig wie ein Fingerabdruck und es ist viel besser, das Maßgeschnitten anschauen. Immer wieder gibt es noch Hindernisse, Schwierigkeiten oder Blockaden, aber diese Blockaden kann man auflösen und da habe ich eine Methode entwickelt, das Wissen geht zurück in die persische Astrologie, also wissenschaftlich belegt. Und da können wir diese Blockade auflösen und kann ich Ihnen weiterhelfen, damit diese Liebesenergie ungehindert fließen kann und auch die richtigen Momente im Leben erkennen und im richtigen Ort zu sein. Unten bei der Beschreibung befinden sich meine Kontaktdaten zu meinem Managementbüro. Wenn das schnell gehen sollte, bin ich telefonisch erreichbar in meinem Hotline. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.